Ihr seid beide fünfmal im Dienst erschossen worden. Was wollen Sie damit sagen? Nun, ich vergleiche nur Ihre Akte mit der Ihres Partners. Es fällt mir eine erstaunliche Ähnlichkeit auf. Warten Sie mal. Was für ein Partner. Sie? Nein. Ihr. Du könntest ruhig auch was tun! Dieser Hund weiß, wo es lang geht. Top Dog. Ein Team wie eine Atombombe. Ein blitzschneller Kopf und ein Wahnsinns-Hund. Für Sie gibt es keine unlösbaren Verbrechen. Ich werde die Mörder deines Großvaters finden. Sie werden zuschlagen, Leute. Ein schlauer Hund und ein starker Kopf. Das schnellste Team der Stadt. Zu zweit unbesiegbar. Das gefällt mir. Nein, ich denke, mir gefällt das. Top Dog. Es besteht kein Zweifel. Ihr Jungs seid füreinander bestimmt. Du siehst nicht mal wie ein Polizeihund aus.